oh yeah wir gucken uns jetzt wieder in die waffenkammer einsatzteam wir haben schon wieder verkackt wir haben es auch schon wieder verkackt ist auch schon wieder verkackt und wenn du willst wir verkacken die jetzt die ganze zeit die waren so gut ich hoffe die ganze gold mission noch mal auf die ihre tango Juliette Wie machen sie das hier? Hoffentlich klappt das dann auch Will ich jetzt zu Vetra noch in die Armory gehen? Ich geh mal in die Armory Wenn sie sagt, sie soll in die Armory kommen Die machen aber jetzt heute wirklich was anderes Wie so ein Vogel erinnert aber so gegen das Glas Habbam Wir leben auf der Ebene, Ryder Ich werde die kleine Sachen schlafen, wenn ich die Überzeugung habe Ich lass sie ja mal in Ruhe Du hast wahrscheinlich Arbeit zu tun Wir können später Du weißt, wo du mich findest Ja Ja, ich hab wieder genug Weihnachtsschokolade gegessen Dass es mir Langsam vergeht Das war so Also ich möchte keine Weihnachtsschokolade mehr essen Bin ich ehrlich Dann gehen wir zu Wanderstelle Ich weiß gar nicht warum ich dieses Zeug gekauft habe War wieder so ein Auto Ah stimmt, wir wollten auf den Wollten hier hin Wollten mal gucken was da so ist Na 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 Okay Oh ich geh mit dem Let's draw und drag wieder hin Na war jetzt keiner so übel Wow Look at all this The Scourge did a number here, didn't it? To think this was supposed to be the Turian home Now the Exiles have taken over Cosmic radiation is off the charts, Ryder You'll need to stay in the Nomad What good are these fancy suits if they don't block radiation? In normal situations they do This planet's magnetic field was disrupted when it cracked open No protection from a cosmic ray tearing you apart at molecular level So stick to the Nomad So stick to the Nomad Descent engine engaged Good luck Ryder Gravities lower than we're used to, Pathfinder Gil says you shouldn't worry about accidentally hitting escape velocity Nomad should compensate for the lower gravity To a degree Sam what is that? A mining dome Pathfinder You should be able to exit the Nomad once inside What about the crazy space radiation? The dome structure prevents cosmic rays from entering Exposure to the surface radiation will kill you, Pathfinder I do not advise leaving the Nomad Grenade! And where are they going? Are there anyone behind me? I don't know Stay down! Exiles, heads up! An undocumented mineral has been detected, Pathfinder Kala was right, Exiles everywhere What would they want with this place? Pathfinder Pathfinder I detect a data pad nearby It may provide answers Nickel 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 Freakle Pickle Nickel 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 Was ist das? Lager Tank Ne Was ist das? Ein Behälter Und sie gibt irgendwo eine Quest Ich habe alle getötet Aber vielleicht sind das auch die Arbeitsleute oder so Ich denke nicht, dass sie hier ihr Zeug selber aussammeln Wall台 Wow Adaptiver Intensive Initiative Kernknote Teck Verbniej Krone Aber 사실 Da müssen wir unsere eigene Technik verstehen, damit wir unsere Technik bauen können. Es gibt jetzt eine Menge Helium-3-Erde, aber ich glaube wir werden sie recht schnell aufbrauchen. Wenn sie hier fertig sind, kehren sie zur Basis zurück. Krex lager das Zeug mit dem Rest. Falls wir den neuen Zugangscode noch nicht haben, er lautet 63 und und. Hey Arschloch, glaubst du echt, das hilft dir etwas, wenn du irgendwo an den... Arsch des Universums fliegst. Du schuldest mir immer noch 80.000. Und du wirst sie mir geben. Wenn du dich selber zu dieser Müllhalle schleppen und dir die Credits aus den Taschen schütteln musst, dann mach ich das. Ich hoffe du drehst da drüben ein großes Ding, wenn du nämlich wieder da bist, ist Zahltag. Hey. Du bist einfach gegangen, ohne dich zu verabschieden. Du kommst aber wieder, oder? Habe ich irgendwas gemacht? Jetzt sagst du, ich bin der richtige Mann für dich. Wir sollten uns wieder lassen und das Beste aus Kadera machen und dann... Okay, vergiss es. Lass dir da drüben so viel Zeit, wie du brauchst. Äh... Lande dein großes Ding, wie du es dir gewünscht hast. Dann kannst du wieder kommen, ich warte hier auf dich. Nicht antworten, automatische Nachricht. Danke für Ihren Einkauf. Artikel. Asari Verschmelzung Teil 5 Menge 1. Okay. Zwischensumme. 50 Credits. Gebühren 2 Credits. Rabatt für Platium mit wieder 3 Credits. Ah ja. Wenn das Problem mit Ihrem Einkauf gibt, wenden Sie sich bitte per Extranet an unseren Kundendienst. Antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Wild. Wild. Was ist denn Asari Porn? A guy named Crax. Fuerk! Böre! MobFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFunFun씩. Ab، burgAbee. holer sie, holer sie mich lieber Po. Ab, jetzt muss das sein. Was ist Unsettling? Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, es hätte einfach Storm sein können. Ich dachte, ich sitze schon tot eigentlich. Oh, der Nomad kommt da ja wieder rauf. Es ist so wild, dass es hier so gedämpft ist. Aber ja gut. Es sind ja eigentlich im Vakuum quasi. Hier gibt es ja nicht mal Geräusche eigentlich. Das wäre wiederum der andere Punkt. Ah, Lebenserhaltung. Ja, plus 2. Ich verstehe nicht warum er das immer sagt. So, als wäre Ryder ein Dully. Und der würde das bis heute noch nicht wissen. Ich sehe mich irgendwie ein bisschen an diese Asteroid-Mission aus Mass Effect 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sollte Die ist tot. Du bist ja nicht tot. Aber wenn das so weitergeht. Vetro. Looks like outlaws. RELOAD! 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 Almost dead The second dome requires a passcode, Pathfinder Hmm Must probably be the passcode that I need Where is the other passcode? Let's look at this For example What's in here though? What's in here though? What's in here? Maybe That's close Or is it close Or whatever Or is it close You can't get close Put the move And then you're bored I don't want to do it But yeah I don't want to buy ah ja gibt es hier keinen code oder wie schade ja anscheinend sind die sachen dahin sind die code teile dahinten aber wir splitten das einfach in den zweiten part dann mache ich einfach die andere sachen bei der nächsten folge ich glaube die sind ein bisschen weiter weg ja die sind da hinten dann reise ich da noch schnell hin versuche ich noch ganz schnell ein bisschen was abzubauen ganz schnell ich wollte schon sagen siezilium aber auf siezilien gibt es kein es gibt kein siezilium silizium das gute siezilium auf siezilien ein besonderes erz dieses andere erz eine jokings was gibt es wirklich nicht aktuelle zonen stacke gut ja guck nicht ins bodenlose nicht da sind die unendlich ach ich hole mir die forward station da drüben noch dann machen wir aber wirklich eine pause also mit dann wirklich die nächste folge wir sind jetzt dann zuerst bei 20 minuten aber ja 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 Überlassene Mine. Mittler und Zwecke. Gucken wir uns die überlassene Mine dann an. Das ist mein nächstes Deal.